Das war's für heute. Ich bin ein Gegner für mich. Taylor! Das ist jetzt zwischen mir und dir. Hörst du mich? Das bist nicht du. Es ist das Ding in deinem Kopf. Etwas in deinem DNI spielt mit deinem Verstand. Was ist das, Trump? Was ist der vereiste Wald? Hol dir die Minigun von der mobilen Waffenkammer. Willkommen zurück. Taylor, hör mir zu! Du kannst ihm sofort ein Ende machen! ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk